Die Streamingplattform der Bach Stiftung eröffnet den Fans von Johann Sebastian Bach auf der ganzen Welt neue digitale Möglichkeiten. Konzertaufzeichnungen sind nur noch einen Mausklick entfernt. Der Kauf von DVDs mit Versandkosten und Lieferzeiten gehört der Vergangenheit an. Von der eingeschworenen Fangemeinde zur internationalen Community. Die ideale Brücke ist das Streaming, das den Genuss von Bach weltweit kostengünstig macht. Warum die Stiftung ihre eigene Plattform realisiert und warum sie sich